Hat man dir erzählt, dass du dich mit deiner Angststörung abfinden musst und einfach lernen musst, damit umzugehen? Heute zeige ich dir, wie der richtige Umgang mit einer Angststörung aussieht und warum der richtige Umgang immer nur der erste Schritt aus der Angststörung ist, aber niemals die Endstation. Ich bin auch der Meinung, dass man lernen muss, richtig mit einer Angststörung umzugehen. Das heißt aber auf keinen Fall, dass man sich mit einem Leben mit der Angststörung abfinden muss. Ganz im Gegenteil. Nur wer richtig mit der Angst umgehen kann, kann auch eine Angststörung überwinden. Der richtige Umgang mit der Angst sieht erstmal so aus, dass keine neue Angst durch Geschichten über die Angst ausgelöst werden. Denn sobald ich die Angst mit Geschichten und negativen Bewertungen verbinde, wird die Angst zu einer subjektiven Gefahr, auf die mein Körper mit neuer Angst reagieren muss. Und dann wird die Angst so lange in Dauerschleife abgespielt, bis ich gelernt habe, mich von diesen Bewertungen zu trennen. Der richtige Umgang mit der Angst bedeutet Akzeptanz, also die Angst nicht kontrollieren zu wollen, sie nicht loswerden zu wollen, sie nicht verändern zu wollen, sondern einfach fühlen zu können, ohne sie loswerden zu wollen. Und sie so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Nicht wie sie auf der gedanklichen Ebene erscheint, durch irgendwelche Geschichten über die Angst oder Bewertungen, sondern sie so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Also das wahrzunehmen, was ich wirklich auf körperlicher Ebene fühlen kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Angst mein dauerhafter chronischer Begleiter sein wird, der jeden Tag mein Leben einschränkt. Die Akzeptanz an sich ist der Faktor, der die Überwindung der chronischen Angst überhaupt erst möglich macht. Zumindest auf der mentalen Ebene. Aber das heißt jetzt nicht, dass man die Akzeptanz als Werkzeug gegen die Angst verwenden sollte. Denn dann ist es logischerweise keine Akzeptanz mehr. Wenn ich die Akzeptanz nur benutze, um damit die Angst loszuwerden, also die Akzeptanz gegen die Angst verwende, dann kann es ja keine Akzeptanz mehr sein. Weil Akzeptanz bedeutet, dass ich die Angst da sein lasse und sie nun mal nicht loswerden will. Das sieht man zum Beispiel häufig an so Aussagen wie, ja, ich habe meine Angst akzeptiert, aber sie wird trotzdem nicht weniger. Wenn man die Angst wirklich akzeptieren würde, dann würde man auch nicht mehr darauf schauen, ob die Angst weniger wird oder ob sie stärker wird. Es wäre einem einfach völlig egal, weil man die Angst einfach da sein lässt. Wenn ich die Angst loswerden will oder will, dass sie weniger wird oder es für mich etwas Schlechtes ist, dass sie stärker wird, das heißt ja nur, dass ich in der Angst immer noch etwas Negatives sehe, was nicht da sein darf. Und das ist nun mal keine Akzeptanz. Das ist nun mal das genaue Gegenteil, nämlich ein Widerstand gegen die Angst. Und dieser Widerstand ist auf der mentalen, gedanklichen Ebene das Hauptproblem hinter jeder chronischen Angst und hinter jeder Angststörung. Und durch die Akzeptanz öffnen sich so viele Türen, denn durch die Akzeptanz werden andere Veränderungen, vor allem auf der körperlichen Ebene, um einiges einfacher. Und falls du immer noch nicht weißt, wie diese körperlichen Angstursachen aussehen könnten, dann schau dir unbedingt meine Checkliste an, die kannst du hier oben kostenlos runterladen, werde ich hier oben einblenden. Und was mich gewaltig stört und was aus logischer Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, sind so Aussagen wie, Angststörungen kann man nicht überwinden, man kann nur lernen, damit zu leben oder lernen, damit umzugehen. Und ich habe bis heute keine Ahnung, was das genau bedeuten soll, denn es macht logisch überhaupt gar keinen Sinn, weil Angst und auch eine Angststörung basiert ja immer auf Ursachen. Ohne diese Ursachen kann es keine Angst geben und auch keine Angststörung. Und wenn ich einfach nur lerne, mit der Angststörung zu leben oder mit der chronischen Angst zu leben und mein Leben einfach darum aufbaue, darum herum aufbaue, dann würde das ja bedeuten, dass ich die Ursachen völlig ignoriere. Mit der Angststörung leben zu lernen, würde ja bedeuten, dass ich gar nicht anstrebe, die Ursachen für die Angststörung aus der Welt zu schaffen. Und warum sollte ich das tun? Das ergibt absolut keinen Sinn. Nur wer glaubt, dass Angst grundlos entstehen kann, kann sich von solchen Aussagen wie, Angststörungen kann man nicht überwinden, man kann nur lernen, damit zu leben, in den Bann ziehen lassen. Denn wenn du weißt, dass es immer eine Ursache für die Angst geben muss, dann wirst du auch erkennen, dass so eine Aussage wie, Angststörungen kann man nicht überwinden, überhaupt keinen Sinn ergeben und einfach von Grund auf falsch sind. Also nochmal, Angst ist niemals grundlos. Und auch eine Angststörung basiert immer auf Ursachen. Ohne Ursache kann es keine Angststörung geben. Und meines Wissens nach gibt es keine einzige Ursache, die man objektiv gesehen nicht überwinden kann. Falls du seine Ursache kennst, kannst du sie mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nur weil man eine Angststörung objektiv überwinden kann, heißt das nicht, dass jeder seine Angststörung überwinden wird. Und warum das so ist, das zeige ich dir in diesem Video hier. Sollst du dir jetzt im Anschluss unbedingt anschauen. Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke drückst, dem Video einen Daumen nach oben gibst oder nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat, mir einen Kommentar hinterlässt, das Video teilst und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.